Herzlich Willkommen zu Part 4 von Mera's Edge. Wir sind hier letztendlich stehen geblieben, neben dem Aufzu... oder mittendrin. Okay. Let's do it. Aber auf die Fresse hier. Eins, zwei, rechts, links. Hochziehen den... I hate you? Ey, ich krieg dich! Ey, ich will dich! Ey, ich bin Fave, du kannst nicht hinkommen. Das... Das geht einfach nicht. Ey, ich bin Fave, bleib mal stehen jetzt. Du bist mir jetzt viel zu schnell grad. Oh... Oh, da ist ein Flugzeug. Das sehe ich auch grad zum ersten Mal. Wie der Ex drauf mich wartet, dieses Schwein. Jetzt könnte ich... Jetzt hätte ich nichts drauf. Oh, ich hab nichts drauf. Wo ist er hin? Sehen lang. Lauf einfach. Ja. Wie... Bist du hier? Ja. Oh! Und! Los geht's! Oh! Oh! Sequenz! Lul! Der ist am Arsch. Kannst du auf einem anderen Weg zu ihm kommen? Äh, ja, ich kann ihm folgen. Nein! Äh, hier. Äh, hier. Ja! Verurteilt mich jetzt nicht nur, weil ich ein Noob bin. Kann jedem passieren! Hoppa! Da. Okay. So. Nein! Auch mit... dir! Wehe! Du blamierst mich! Das geht gar nicht! So. So. Oh, hier kann man rein. Oh, hier kann man rein. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich hab gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling Fan und hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wessler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Roeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Roeburn? Nun, eigentlich ist der nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Aha. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Roeburn zu gehen. Wehrd dich nicht. Ich geh zu Miller. Oh, Faithy, was machst du bloß? Wirst du ihm von Jack Nile erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Let's do it. Siehst du ihn? Ja. Er geht zu Sonnenwagen. Lieutenant Miller? Ich bin Faith. Cates Schwester. Sie hat mir eine Schwester erwähnt? Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nein. Hm. Schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihren Nähen? Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Hope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn Sie verurteilt wird, ist das Ihr Todesurteil. Hören Sie mich fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Hä? Wie schnell war die denn weg? Okay. Oh nein. Zack. Zack. So. Geht doch. Hier muss ich nicht. Ähm. Hoch? Hoch. Oh. Oh. Wirklich hoch. Okay. Äh. Ja. Ich müsste jetzt schauen, wo ich hin muss. Da nach unten. Hier kommt man nicht runter, ne? Nee. Okay. Dann bleibt mir nur noch eins weg. Und das ist den. Und dann hier hin. Und dann hier hin. Und dann vielleicht hoch. Richtig oder richtig? Jump mal hoch. Komm. Hoch. Hoch mit dir. Ach du kannst nicht. Natürlich kannst du das. Also. Wenn du nicht mal das kannst. Ja. Das muss ich jetzt aussagen. Nein. Das nicht. Boah. War ich wieder knapp hier. Ähm. Warte mal. Wie ging das nochmal? Nein. Kann ich nicht hier hoch? Oder hier? Wo muss ich denn lang? Okay. Äh. Da ist was rotes. Aber. Wie lang ist. Zu dem. Nein. Ach komm. Fave. Du musst hier hoch. Du musst dich verarschen. Nein. Ey. Bleib mal. Bleib mal geschmeidig jetzt. So. Boah. Ja. Das ist rumtritt. Die Tränen macht mich so fertig. Es muss geübt sein, ey. Es muss geübt sein. Es muss geübt sein. So. Okay. Dann lang. Gut, dass man sowas hat. So. 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 Ein bissl. Krischer. Boah. Ist das dunkel. Kann ich durch. So. Geh durch. Ja. Das solltest du glaub ich nicht machen. Oder das auch nicht. Oder das auch nicht. Oh. Lauf doch nicht runter. Hey. Warte mal. Was mach ich? Okay. 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 Hier komm ich nicht durch. Boah. Geht doch. Boah. Ist nicht einfach, wenn man das zum ersten Mal spielt, ne? Also. Meine Meinung nach. Kann ich nicht da einfach hochspielen. WTF? Was hab ich jetzt grad gemacht? Ach. Ich muss noch hoch. Ach. Ach so geht das. Jetzt runter mit dir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ich sagen soll. Ich habe etwas für ein paar. Ich weiß nicht. Und wir sitzen außer dir noch einfach mehr Leute hinter mir. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gegend, wer das mit dir erinnert? In ein paar Tagen ist alles vorbei, die Zeitungen von heute sind das halbhabend hier von morgen. Ach komm, die Rallern enthält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt, die Kairos wird schon klargegeben. Kein Problem. Das flieh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Rhinostrie. Okay, ja, okay. Spillig, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Klasse bist, ist alles schön ruhig. Wir sind uns da. Und wenn du uns keine deiner Freude bist, sind wir da? Gut. Wie auch immer, ich brauch jetzt erstmal was zu puttern. Ein Körper wie dieser hält sich nicht alleine. So, da ist ne Waffe. Muss man die jetzt auffilmen oder was? Wo ist der? Ja, ja. Wie muss ich denn hin? Ach, da. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Eee. Eee. Nach oben. Und jetzt? Einfach da durch. Oh. 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 Das war aber nicht klug. Zurück. Das wusste ich ja gar nicht. Oh. Die sind da. Die sind da. Bleib mal geschmeidig jetzt. Äh. Sack. Das war jetzt gar nicht knapp. Das war jetzt gar nicht knapp. Ey, Jungs. Bleib mal ruhig jetzt. Mach doch nichts Böses. Ja, weiter. Du hast dich noch nicht abgeschüttelt. Okay. Oh mein Gott. Renn. Bin ich tot jetzt? Nein. Warum ist ich lang? Ich will nicht sterben. Tschau. Au. Oh. Ich will nicht sterben. Bleib mal ruhig. Boah ey. Die gehen hier ab ey. Boah. Sind die sauer. Also kämpfen? Nein. Wo muss ich denn da? Da war ne Ratte. Ich wollte mal da loshauen. Oh nein. Nein. Ja, ich fail hier schon. Also ich brauch kein Helikopter, der mich noch hier ein bisschen ran nimmt. Das mach ich schon alleine. Durch die Fails, die ich mach. Boah. Das war gekönnt. Gekönnt? Das war gekonnt. Gekönnt. Falschgesprung. 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 Aua. Was? Als müsste ich kämpfen? Oh nein. Ich will aber nicht. Nein. Rechtsklick. 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 Okay. Nummer 9. Ein Fave macht diesmal rechtsklick. Oh nein. Wieder den gleichen Pfehler gemacht. Zupi. Eee. Eee. Pfff. Oh Gott. Huuuuh. Warum kann ich die Waffe nicht aufnehmen? Wo muss ich lang? Boah ey. Erstmal mach ich euch jetzt fertig. Ich hab jetzt Lust drauf. Eee. Weil ihr nervt mich aber derbst äh. Zack. Ach ich musste die töten. Hä? Hä? Geht doch. Okay. Da ist die Tür. Okay. Wir haben es noch geschafft. Das war ein Fail. Ups. Wir drücken. Werbung. Lesen. Hm, der grünen. Ah, der. Ich bin dran. Man kann er vielleicht nicht mehr. Uh-huh. Okay. Okay. Let's go. So, da ist was Rotes, Rote ist immer gut hier. Ich wollte einen Anlauf nehmen. Nein, ich habe die Rolle vergessen. Seht's? Woher muss ich hin? Da nach oben. Ah, er kriegt mich doch so nicht... Da kann man einfach runterspringen. Und hier einfach hoch. Diese blöden Helikopter, ey. Du kotzt mich nicht an. Ey, ich bin Runner. Hallo. Ihr kriegt mich nicht. Hä? Ich weiß nicht, ob das geplant war. Komm, Fall runter. Das tut mir jetzt aber nicht leid. Woher muss ich denn hin? Was ist denn hier? Ach, ich muss nach oben. Oder doch nicht. Okay, hier beende ich mal meinen Parts. Bevor ich mehrmals hier fehlne. Bis dann. Oh mein Gott, das fängt wieder an. Bevor ich hier vor. Ich mache sie.